Ja, natürlich ist es immer schwierig, wenn ein neuer Spieler kommt und nach zwei, drei Tagen kommt. Aber das war auch der Grund, warum wir ihn noch nicht von Anfang an gebrungen haben. Ich glaube, das ist nicht richtig, nach zwei, drei Tagen einen Spieler zu neu bringen. Und er ist dann guterich, aber er kennt ja die Mannschaft schon ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass er jetzt ein total Fremder ist hier. Sondern er ist ja eigentlich zurück heimgekommen. Er kennt ganz, ganz viele Spieler von der Mannschaft und von daher erleichtert ihn natürlich ein bisschen.